Abspringen Na, die Firmater runterzudrücken bringt nichts Ich glaube ich mach wieder den Den nachher zurückspulen Key da rein Achso Ja, viel interessanter Das ist nicht Fuck Na Hup Alles deine Schuldflash Ne, warum? Darum Einfach nur darum Nein Es gibt auch keinen anderen Grund Einfach dir die Schuld zu geben Achso Einfach nur darum Jo 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 Fick dich Ich krieg das mit Film Ist ja richtig so das du sehen kannst Hast du ja nicht verdient Klar, mehr als du Nee Sonst wäre ich halt noch nicht weiter als du Ja komm Hast du einen Vorteil gehabt Du mich auch Kanntest das Spiel schon Jo, ich kannte das Spiel schon Du Kannst Mich Mal Ich muss die Einstellung von dem Controller Ding nochmal ändern Ach fuck Womit ich jetzt gesprungen? Und So Ich muss die Sprungtaste nochmal richtig legen Vor allem ich lauf vorwärts Lade und der fällt gleich runter Ich brauch nur nach oben drücken, dass er sich festhält Nein Nein Fuck Du Arsch sollst dich festhalten Nö, danke Doch Doch Ah Ah, da war die Facke Fuck Fuck Mann ey Das ist echt ne gute Stelle bei mir jetzt Das ist das Was ist das? Was ist das? Du 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 Fuck 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 Ich schaff das jedes Mal rüber Und dann verrecke ich doch noch Ja, das ist doch schön Nein, ist es nicht Flash Du dummer alter Sack Dummer alter Sack Ach du bist ein alter Elch Ne, bin ich nicht Du Du Penisfressende Wookie Das glaub ich dir Fuck Fuck Ah, ich hatte einfach nur Ich hab schon wieder rüber geschafft eben Ja, aber Nicht weiter Ne Weil ich mittendrin mit einmal zerquetscht werde Weil man einfach zu langsam ist Ich mag das, wenn du zerquetscht gehst Tu mich auf, Flash Money 24 Minuten schon wieder Na Siggi Bye Ich kann kotzen Ich kann kotzen Du 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 Jetzt kann man bei dem auf den Kopf springen Hä? Kannst du ja Ja, dann sterbe ich Ne, Drehspung Das geht bei dem? Ja Klar geht das bei dem Ja, klar geht das bei dem Warum verrate ich dir eigentlich immer alles, hä? Ich glaub dann hättest du das schon längst geschafft Du Arschgeige, warum sagst du mir sowas nicht eher? Darum, wozu? Wozu soll ich dir Arsch das sagen? Du bist ja auch nicht nett zu mir Ich bin immer nett zu dir FOTZE Ja Oh Mann, ey, das wäre bestimmt schon fertig gewesen Glaub ich nicht Weil das schon ein bisschen schwer ist Ach Nicht ach Ich hab schon mehrmals die Röhre hintereinander gesehen Ach, machst du dir nur in die Hosen Das geht doch gar nicht Nein, da waren die Pflanzen Ah Geil, man kann einfach den ganzen Weg mit dem mitspringen Ja, aber du schaffst auf dem drauf zu bleiben Da Nicht klar Aber nicht auf die Flamme Das ist nicht gut Oh, ich muss ganz sensibel meine Taste drücken, damit der einen ganz kurzen Moment zurückspult Boah, ist das heftig Du musst auch ganz sensibel hier grad machen Ach, du musst nix sensibel Du musst die Seite drücken Weil sonst macht der das voll scheiße Ich drück immer zu doll sonst die ganze Zeit Nein, nein, nein Fuck Ja, fall doch mal ganz in die Lava rein, du Arsch Äh Ah, fuck, mein Finger Na, das sagt man nicht Ich hab nur gesagt, ah, mein Finger Ah, fuck, hast du gesagt Hab ich nicht Du Fotze 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 Er hat Fotze gesagt Versteht Ah, Delfi Du hättest aber herkommen müssen Wer Du bist behindert? Hm, du Nee, du Fosh 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 Beherrsch dich doch, Marzendos Flash, du sollst nicht beherrschen Ich muss mich nicht beherrschen Ich war das nicht Dann soll ich noch 5 cm unten bleiben Die kleine Kackbratze hier Kackbratze? Du bist eine Kackbratze? Du bist eine alte Kackbratze? Fuck you Tomaschuu Mario Tomaschuu Man Ich hab doch jetzt nichts gesagt Ich weiß Braten Was, du hast ein Braten in der Röhre? Fuck Ab und zu schaff ich das schon rüber Aber ich bin zu langsam mit dem Hochklettern Ich frag mich auch vielmals Das dann schaff Schaffen soll Schaffen soll Vor allem So Warum geht denn der Warte mal Ach komm, ganz ehrlich Wieso sind die drei Sprengen da? Ach ja Leck dich ins Knie Mare Eine Minute Eine Minute Eine Minute Ich hab's schon wieder rüber geschafft Aber wurde Kurz vor dem Ende oben zerquetscht wieder Quetsch Quatsch Schon wieder Traubenmatsch Der Centus Der ist reif Vor allem, ich hab's eben schon wieder geschafft Aber nicht weiter Nö Weil ich wieder mit dem Ring zerquetscht wurde Ist auch richtig so Hast du verdient Nein Hab ich nicht Du Kackbratze So Ich mach jetzt letzten Versuch Ja Ihr sollt mich laden und dann zur Seite gucken Das ist nicht so gut Okay Ich mach jetzt den letzten Versuch Okay Alle guten Dinge sind drei Ich mach jetzt den letzten Versuch Ich mach jetzt den letzten Versuch Ach ne Noch einen Versuch Nein Jetzt ist aber letzter Versuch Bei mir jetzt ist Ende Wie weit bist du? Okay Damit würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bei Kaizo Mario Mit dem Flash Ciao Ciao Mit Centus Tschüss